Also Benzin, okay, Ölstand, okay, Checkliste fertig. Was für eine bescheuerte Überraschung. Aber all deine Freunde sind da, sogar Choupette und Felix. Geht's dir gut, Michelle? Ich werd wegfahren. Wegfahren? Wann? Wohin? Nicht weit weg, aber ich brauch mal einen Tapetenwechsel. Mit dem ganzen Krempel? Ja, ich lege sehr großen Wert auf meine Ausrüstung. Sieht gut aus, dann bist du jetzt bereit. Mir ist schweineheiß. Guten Tag, schön hier. Ist das deine Gastwirtschaft? Ja, dieser Herr sucht einen Ort, wo er heute übernachten kann. Wenn Sie wollen, stellen Sie Ihr Zelt im Garten auf. Kommen Sie von weit her? Und wo willst du hin? Oh, so weit weg wie möglich. Scheiß-Kajak-Fahrer. Hä? Du hast mich schon richtig gehört, Kajak-Arsch. Du magst es, dich von der Strömung treiben zu lassen. Die Strömung muss man spüren können, sich hier hingeben. Man muss wissen, wie man sich treiben lässt. Vielen Dank euch all. Vielen Dank. Das Wetter ist gut. Mach weiter. Ah, ein Abenteurer. Kommen Sie von weit her? Halt die Schnauze. Das Wetter ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020